Was für eine Anmaßung! Statt den Menschen zu danken, die sich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzen, belehrt sie die Tafelmacher von oben herab. Statt Hilfe anzubieten oder gar sofort nach Essen zu reisen, um sich persönlich ein Bild zu machen, verunglimpft sie die Betreiber und schiebt sie in die Nähe von Rassisten. Da muss man sich wirklich an den Kopf fassen, mit welcher Frechheit diese Frau sich traut, zu dem Thema den Mund aufzumachen. Diese Worte stammen von keinem Geringeren als Dirk Müller, alias Mr. Dax, der seinen Unmut über die Reaktion von Angela Merkel zum Aufnahmestopp von Ausländern bei der Essener Tafel in einem kurzen Videostatement zum Ausdruck bringt. Mit seiner ganz privaten Meinung macht der Börsenexperte Frau Merkel einen Vorschlag. Merkel selbst mischt sich da sogar ein, die macht es zur Chefsache, wem eine Tafel Essen ausgibt. Das sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich den Arsch aufreißen, um den Leuten zu helfen, dass die irgendwie über die Runden kommen. Merkel sollte sich nicht einmischen, wie diese Tafel ihre Situation vor Ort organisiert. Die sollte dafür sorgen, dass es die Tafel gar nicht braucht. Die sollte dafür sorgen, dass die Menschen und die Alten gar nicht in der Not sind, sich bei der Tafel anstellen zu müssen. Frau Merkel, vielleicht wäre das eine Idee. Mit weniger harten Worten, aber durchaus auch mit Nachdruck, äußerte sich der Experte für Innere Sicherheit, Wolfgang Bosbach, in einem Interview mit Phoenix. Was er besonders anprangert, ist die Reaktion aus Politik und Medien, durch die versucht wurde, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Essener Tafel sofort ins rechte Eck zu stellen. Ausmaß und Heftigkeit der Kritik stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu der Entscheidung, den ehrenamtlichen Mitarbeitern verfassungsfeindliches Verhalten, Rassismus und Nazimethoden zu unterstellen, kritisiert er. Angela Merkel ist die Kanzlerin aller Deutschen. Dazu ist sie per Eid verpflichtet und schon bald wird sie diesen Eid erneuern. Sie wird dann schwören, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehreren und Schaden von ihm wenden wird. In letzter Zeit verstärkt sich allerdings der Eindruck, dass sie diesem Schwur in ihrer täglichen Arbeit nicht mehr vollends gerecht wird. Stets sorgt sie sich um Flüchtlinge und Asylbewerber, vergisst darüber aber die Einheimischen und ihre Sorgen. Sie hat Selfies mit Flüchtlingen produziert, an Fotos mit deutschen Grenzschützern kann ich mich nicht erinnern. Die Terroropfer vom Breitscheidplatz mussten erst offene Briefe schreiben, bevor ihnen Merkel ein Jahr später Gehör schenkte. Dafür fuhr sie mehrfach zu Flüchtlingen nach Heidenau oder Berlin-Spandau. Und über die Vorkommnisse von Köln und Kandel hörte man erst gar nichts, dann wenig. Pegida und AfD nahmen sich die Kanzlerin aber in ihren Silvesteransprachen deutlich zur Brust. Merkel ist zur doppelten Mutti geworden. Zur strengen, gefühllosen und ungerechten Stiefmutter für die aufmüpfigen Deutschen und zur fürsorglichen, nachsichtigen und gütigen Mama für die Flüchtlinge. Nun hat die doppelte Mutti also die Helfer der Tafel in Essen scharf kritisiert, weil diese nur noch Kunden mit deutschem Personalausweis aufnehmen. Als Grund geben die Betreiber an, dass zuletzt immer weniger Einheimische gekommen seien, gerade ältere Frauen, hätten sich von jungen, fremdsprachigen Männern abgeschreckt gefühlt. Eine besonnene, richtige und nachvollziehbare Maßnahme also. Die Kanzlerin aber findet das Zitat nicht gut. Man solle nicht solche Kategorisierungen vornehmen, ließe ihre staunenden Bürger wissen. Was für eine Anmaßung. Statt den Menschen zu danken, die sich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzen, belehrt sie die Tafelmacher von oben herab. Statt Hilfe anzubieten oder gar sofort nach Essen zu reisen, um sich persönlich ein Bild zu machen, verunglimpft sie die Betreiber und schiebt sie in die Nähe von Rassisten. Sie beschimpft damit ausgerechnet diejenigen, die täglich mit den Problemen fertig werden müssen, die die Kanzlerin verursacht hat. Merkel maßregelt die Bürger, die darunter leiden, dass sie, die Kanzlerin, ihre Aufgaben nicht erledigt hat. Abschiebung, Grenzschutz, Altersfeststellung, beschleunigte Asylverfahren und Flüchtlingsverteilung. Merkel hat mit ihrer Äußerung ein lokales Ereignis zu einem deutschen Symbol gemacht. Für die Realitätsferne, die Arroganz und die Abgehobenheit der Berliner Politik. Und für eine Art von Bürgerverachtung, deren Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Die Aufreger über die Tafel, die jetzt sagen, wir haben zu großen Ausländeranteil, wir beschränken das mal. Merkel selbst mischt sich da jetzt sogar ein. Die macht es zur Chefsache, ob eine Tafel, wem eine Tafel jetzt Essen ausgibt. Das sind ehrenamtliche Helfer, die sich den Arsch aufreißen, um den Leuten in Not zu helfen, dass sie über die Runden kommen. Merkel sollte sich nicht einmischen, wie diese Tafel ihre Situation vor Ort organisiert. Die sollte dafür sorgen, dass es die Tafel gar nicht braucht. Die sollte dafür sorgen, dass die Menschen und die Alten gar nicht in der Not sind, sich bei der Tafel anstellen zu müssen. Frau Merkel, vielleicht wäre das eine Idee. Statt sich darüber aufzuregen, wer an der Tafel anstehen darf und wer nicht, sich darum zu kümmern, dass niemand an der Tafel anstehen muss. Da muss man sich wirklich am Kopf fassen, mit welcher Frechheit diese Frau sich traut, zu dem Thema den Mund aufzumachen. Aber das ist eine Privatmeinung. Ich bin jetzt in Frankfurt verbunden mit dem Innenexperten Wolfgang Busbach. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Kronz. Um die Entscheidung der Essener Tafel gibt es seit Januar immer wieder heftigen Streit. Die Vorwürfe reichen ja bis hin zu Rassismus. Was halten Sie von der Entscheidung der Essener Tafel? Die Entscheidung ist problematisch, weil das entscheidende Kriterium die Bedürftigkeit ist und auch bleiben muss. Aber Ausmaß und Heftigkeit der Kritik stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu der Entscheidung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja ehrenamtlich unterwegs sind, verfassungsfeindliches Verhalten, Rassismus, Nazimethoden zu unterstellen, ist wirklich komplett abwegig. Die hatten Not in Essen. Und es bestreitet ja auch niemand, dass es dort erstens einen Verdrängungswettbewerb gegeben hat. Zweitens, dass viele nicht mehr zur Tafel kommen, obwohl sie bedürftig sind, weil sie nicht weggedrängt, weggeschubst werden sollen. Und dann hat man lange überlegt und hat gesagt, für einen begrenzten Zeitraum keine neuen ausländischen Bürger mehr in die Kartei aufnehmen, bis wieder ein ausgewogeneres Verhältnis besteht. Und das in dieser Form zu kritisieren, dann noch mit den Schmierereien an den Fahrzeugen der Tafel in Essen, das ist wirklich mehr als nur ärgerlich. Das ist der eigentliche Skandal. Ja, als ehemaliger Vorsitzender des Innenausschusses, macht das Ihnen auch ein bisschen Sorge um die innere Sicherheit? Ja, das zeigt zumindest, dass das Klima immer rauer wird und mit welchem Tempo heute die Nazi-Keule herausgeholt wird. Obwohl man doch gesehen hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essen mit Nationalismus, mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit überhaupt nichts am Hut haben. Sonst hätte es ja gar nicht diese Steigerung innerhalb von zwei Jahren von ehemals 35 Prozent Anteil bis zuletzt 75 Prozent Anteil geben können. Und wer schon mit ausländischer Nationalität in der Kartei ist, bekommt ja auch weiterhin seine Lebensmittel. Das heißt, Hilfe wäre angebracht gewesen. Genau zuhören, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel in Essen sagen, sich die Probleme schildern lassen und dann versuchen zu helfen. Aber doch nicht in dieser Form draufschlagen. Ich kann nur hoffen, dass die nicht aus Enttäuschung jetzt die Arbeit einstellen. Jetzt abgesehen vom Thema Rassismus oder Diskriminierung, haben wir es bei diesem Beispiel mit einer Folge eines Zuzugs von Flüchtlingen zu tun, die die Politik zwar aus humanitären Gründen ermöglicht hat, organisatorisch aber nicht in den Griff bekommt. Ja, aber Herr Krohns, es ist doch klar, wenn in einem Zeitraum von nur zwei Jahren über eine Million Menschen nach Deutschland kommen, die allerallermeisten sind überhaupt nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit abzusichern. Sie bekommen dann Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Tafeln bietet dann die Möglichkeit, noch zusätzlich Lebensmittel kostenlos zu bekommen. Dass dann der Andrang größer wird bei den Tafeln, das ist doch klar. Ja, je mehr in Anführungszeichen arme Menschen, materiell arm und arm, weil sie vor Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind, je mehr arme Menschen man aufnimmt, desto mehr Arme gibt es in Deutschland, desto mehr werden die Tafeln in Anspruch genommen. Auch in Ihrer Partei gibt es durchaus Auseinandersetzungen über das richtige Umgehen mit diesem Problem. Ist das eine Grundsatzfrage? Ist das ein Grundsatzstreit? Nein, denn es gibt ja viele Tafeln, die haben ähnliche Probleme, sind aber zu anderen Lösungen gekommen. Im Kern geht es um die Frage, ob Ausmaß und Heftigkeit der Kritik am Vorsitzenden und an seinen Helferinnen und Helfern bei der Essener-Tafel gerechtfertigt ist oder nicht. Ich halte die Kritik für weit überzogen. Man sollte der Tafel in Essen helfen, um die Probleme zu lösen, aber in dieser Form draufschlagen, das halte ich für falsch. Auch für völlig unverhältnismäßig. Herr Bosbach, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.